UNTERTITELUNG Nicht erschrecken, ich bin's. Hansi! Hansi! Das ist er wieder! Küsst ihr! Was? Er ist sattelnd in seinem Sessel! Wollen Sie, Eddie, ich mach mir wirklich große Sorgen um Sie. Nicht nur gesundheitlich. Sie müssen jetzt erst mal wieder gesund werden. Ich bin gesund, Martin. Mir ging's nie besser. Hallo? Wo ist denn deine Hose? Welche Hose? Eddie hat ein Problem. Einer ruft mir an, alle machen einen Bogen an mich. Ich bin von seinem Leben Freundschafts- und Gästelisten gestrichen worden. Ich bekomme nicht mal das bei mir jetzt. Eddie hat plötzlich einen Schutzengel. Sie denken, das liegt von diesem Erscheinung. Das sind keine Erscheinungen. Er ist einfach immer da. Eddie hat jetzt einen echten Buddy. Doch leider kann man sich seinen Schutzengel nicht aussuchen. Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Der Typ brühe nicht mein Leben. Der neue Film von Michael Bulli-Herbeck. Ich bin hier, um dich auf Kurs zu bringen. Wo genau sitzt er? Nur neben dir! Versteht das doch endlich, Eddie. Sie können mich nicht sehen. Du siehst gar nicht aus, mein Engel. Na, wie sehen Engel denn aus? So! Hör endlich mal auf dein Herz, Eddie. Du warst noch nie verliebt, oder? Diese Frau ist was Besonderes. Sie ist klug. Sie sieht gut aus. Sie hat Stil. Und ich rasier mir weder die Beine noch die Achseln. Okay, das letzte war ein Scherz. Wolltest du mich hier verkuppeln? Ja. Komm, riskier mal was. Frauen lieben romantische Männer. Sie lieben es, weil man die Hosen runterlässt. Aber wenn das Timing nicht stimmt, hast du verschissen. Hey, einfach die Wahrheit. Also, die Wahrheit ist, ich hab seit ein paar Tagen so einen Schutzengel. Geh mein Schütze zur Seite. Er steht direkt neben dir. Sein Name ist Buddy und er sagt mir ständig, dass du die Frau meines Lebens bist. Jetzt weiß ich, er hat recht. Die Wahrheit hab ich nicht gemeint. Eddie! Sag dein Text! Hi! Sehr gut, weiter so. Hast du jemals eine Frau in den Schlaf gestreichelt, die du wirklich lebst? Ihr kleines, süßes Zucken gespürt, bevor sie einschläft? Hey, ich hab nur dieses Zucken am Auge, seitdem ich dich kenne. Ab 21. Dezheim beim Kino.